Servus Pyros, heute die Himmelsdonner von Leslie. 36 Schuss ist die Brutus von Leslie Gabs beim Sonderpreis Baumarkt für 7,99€. Viel Spaß! So, die Himmelsdonner bzw. Brutus jetzt an beiden Litzen angezündet. Also ein Ersatz und ein normaler. Wie heftig die jetzt war. Also die hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert. Im Gegenteil, fast noch stärker als die Jahre davor. Also immer noch sehr zu empfehlen. Richtig geiles Salute.